«No Front!» «No Front!» «No Front!» «No Front!» «No Front!» «Ach, schau!» «No Front!» «No Front!» «Gell?» «Ja, Sie müssen schon sehen, das ist «No Front!» «No Front!» «No Front!» «No Front!» «Aber...» Das Leben ist ein Prozess. Unsere Gedanken sind ein Prozess. Und hier bei «No Front!» wollen wir euch in Prozesse anstossen, euch in neue Prozesse begrüssen, und gemeinsam einen Prozess zu gehen. Jemand, der bei mir immer wieder die Prozesse auslöst, in der Diskussion und im Gespräch miteinander, ist die Viva, die heute unser Gast ist. Thiago und ich freuen uns mega, mit ihr über ein ganz heisses christliches Thema zu diskutieren. Die Viva und ich waren zusammen zum Mittagessen. Es gab herrliche Sushi. Die einen werden jetzt schon denken «Nein, Sushi!» Und die anderen «Nein, Sushi!» «Nein, Sushi!» Genau. Und Thiago wird auch noch irgendwann auf den Geschmack kommen. Jetzt werden alle älter, oder? Genau. Genau. Und tatsächlich war es so, dass Viva und ich eine riesige Platte bekommen haben, und wir haben uns Mühe gegeben und Mühe gegeben und Mühe gegeben. Und am Schluss sind vier Stücke Sushi übrig geblieben. Und ähm, ja. So. Viva. Es ist schon ein bisschen scheisse, oder? Ich meine, ein Kind in Afrika hätte sich von diesem einen halben Tag ernähren können. Und da sind wir schon beim Thema. Ja, also ich weiss nicht, wie Kinder in den Projekten, die wir unterstützen, wenn sie in Tansania auf Sushi reagiert hätten. Ich glaube, wahrscheinlich eher wie der Thiago. Ha, ha, ha. 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 In Tansania. Ähm. Viva hat ein Herz und eine Leidenschaft für das und freut sich, wenn sie während Corona-Zeiten auf Tansania reisen kann. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Viva, warum schlägt dein Herz für Menschen in Not? Also vielleicht zum Sagen, ich brauche es nicht selber. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ja, wieso schlägt mein Herz für Menschen in Not? Ich weiss es gar nicht. Es schlägt einfach für die Menschen. Es macht einfach etwas mit mir, wenn ich sehe, dass Menschen kein Wasser haben. Oder wenn Menschen von ihrem Zuhause flüchten müssen. Wenn Menschen kein zu essen haben oder in Umständen leben müssen, in denen ich nicht für will leben. Gerade wenn man ein Flüchtlingslager im Kopf hat. Und ja, das macht etwas mit mir. Und es löst auch in mir aus, dass ich etwas dagegen mache. Dass ich den Menschen helfen will. Also man muss sich vorstellen, es ist wie, dir kommen die Tränen. Oder du empfindest wie einen Schmerz. Oder was stellt man sich vor? Oder es macht etwas mit mir? Nein, eher. Es löst etwas in mir aus, dass ich sage, ich muss doch etwas machen. Da muss man doch etwas ... Es pusht dich, um etwas zu bewegen oder zu verändern. Genau, richtig. Also wenn mir die Tränen kommen, wenn ich in einem Dorf stehe und in diese schönen tanzanischen schaue, dann wäre es auch nicht das Richtige. Oder wenn ich immer würde. Es bewegt mich, auch emotional. Aber ... Ja, wie müsste ich jedes Mal brüllen, könnte ich auch nicht mehr Gemeinschaft mit diesen Menschen. Du siehst ja gar nichts beim Helfen. Ja, genau. Stimmt, weil alles verschwommen ist. Aha, jetzt sage ich auch nicht. Ja, genau. Ich glaube, das ist schon eine Voraussetzung für jemanden, der einen Job macht wie ich. Dass das nicht nur das Mitleid auslöst. Das macht es bei mir wenig. Also ich habe nicht unbedingt Mitleid mit diesen Menschen, sondern in mir löst es aus. Hey, es gibt doch Möglichkeiten, die Situation zu ändern. Also du bist echt kreativ, lösungsorientiert. Ja, ich hoffe es ja. Ich probiere es, genau. Okay. Wir versuchen Lösungen oder etwas an dieser Situation zu verändern. Und das ist eigentlich mein Ziel in dem. Und jetzt ... Also für dich ist ja das jetzt mega einfach. Du schaffst bei Gain. Du kannst jetzt hier tagtäglich investieren und etwas verändern. Ähm ... Was ist jetzt, wenn ich ein Schüler in einer Oberstufenschule bin, in der Schweiz und ich kann nichts ändern? Also ich habe erstens vielleicht nicht so viel Sackgeld, ausser ich bin vielleicht ein Arzt, Sohn oder Tochter. Aber ich habe nicht so viel Sackgeld, kann irgendwie auch nicht mega viel machen. Was kann ich denn machen in der Schweiz? Ich glaube, jeder kann helfen irgendwie. Also eben, nicht jeder hat Finanzen, aber man kann zum Beispiel Finanzen sammeln oder generieren. Also wir hatten auch schon Schüler, die dann irgendetwas verkaufen und so Finanzen generiert haben. Man kann aber auch von seinem Material, also von seinem materiellen Überfluss, den wir haben, weitergeben. Man muss aber auch nicht immer an die afrikanischen Kinder denken, die so weit weg sind, sondern ich glaube, es gibt auch Armut gerade in unserer näheren Umgebung, wo man etwas machen kann. Und ich glaube, über Armut ist ja nicht nur immer der Mangel an Essen oder der Mangel an Wasser, bei dem Projekt, das ich leite. Sondern Armut kann auch sein, dass jemand irgendwie einsam ist oder dass jemand, keine Ahnung, jemand braucht zum Reden. Und dort dürfen wir ja alle irgendwie kreativ werden und dort helfen oder dort etwas machen, was für einen möglich ist. Wo machst du etwas gegen Armut, Jürgen? Mir ist jetzt gerade eingefallen, was du erzählt hast, das haben wir mit der Jugendgruppe, da bin ich sicher einmal dabei gewesen und dann spät, also die machen das, glaube ich, jedes Jahr normalerweise bei uns in der Kirche. Wir haben jemanden, der bei Licht im Osten arbeitet und wir machen jedes Jahr eigentlich so eine Päckchen-Aktion. Der Klassiker! Ja, aber es ist im Fall wirklich mega cool gewesen, weil wir sind dann so als Jugendgruppe vor der Migros hingestanden. Und haben wie den Leuten so Einkaufsliste gegeben, so, schau, das brauchen wir noch, wir brauchen noch 10 Zaberstauben oder, keine Ahnung, 3 Kilo Reis, let's go, bringst du das einfach mit raus, wenn die Bock da drauf haben. Und das ist irgendwie mega cool gewesen, also das ist mega gut angekommen irgendwie und es war ja so einfach für die Leute, oder so, ach ja, ich muss ja jetzt nur 3 Kilo mehr Reis kaufen, das kostet mich jetzt nicht so viel. Das bringe ich nachher auch gerade. Das ist mega cool gewesen. Ja, meine Mama macht auch jedes Jahr irgendwie 900 Päckchen, wir geben mir auch ein Scope, vielleicht als Familie. Ähm, ich liebe es. Also vor allem, ich habe es gesehen, wie meine Mama in dem innen ja auch mega aufblüht und dann so Sachen macht. Aber jetzt gleich noch ganz ehrlich, bringt so ein Päckchen einer armen Familie jetzt wirklich etwas? Oder was bringt ein Päckchen? Ähm, also ich denke mir manchmal, ja mega geil, dann wissen sie, was es eigentlich noch alles für coole Kinderspielzeuge gibt, die sie nicht haben. Also weisst du so ein bisschen… Ja, ja logisch. Bringt es wirklich etwas, wenn wir solche Dinge machen? Ich glaube, es ist gut, wenn man sich diese Frage stellt, weil ich glaube, oft haben wir weissen privilegierte Menschen das Gefühl, wir können ganz einfach mit unserem alten T-Shirt die Welt retten. Und ich finde es gut, wenn man sich fragt, ist das wirklich etwas, was etwas bringt? Ähm, ich glaube aber auch, nichts zu machen ist ja auch nicht die Lösung. Und vielleicht ist es dann nicht ein Päckchen, das den Unterschied im Leben von dem Kind oder der Familie macht, sondern vielleicht auch einfach die Gesten oder die Begegnungen, weil es gehen ja auch Leute, das zu verteilen. Und ähm, vielleicht sind das ja auch Menschen, die, also gerade bei uns, wir haben auch das im Weihnachten gemacht, in Albanien. Und dort ist es vielleicht auch einfach mehr ein Zeichen, hey, es denkt jemand an mich. Ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt. Ähm, obwohl eben das Leben lang eigentlich mein Staat, meine Nachbarn und alle, die um mich, um mich vergessen haben. Und ich glaube, das löst viel mehr aus. Und trotzdem, auch in diesen Päckchen hat es Reis, hat es Essen. Und ja, Essen muss mehr. Also das ist wie, das glaube ich schon auch, dass das sicher nicht schlecht ist, also dass sie das Zeug brauchen können, dass sie Grundnahrungsmittel brauchen können. Und äh, dass leider heute, ja, auch in europäischen Ländern oder in, also albanisch jetzt ja nicht in europäischen Ländern, aber einfach in unserer näheren Umgebung, dass es dort Menschen gibt, die zu wenig Essen haben. Und das ist ein Fakt. Leider. So etwas, was mich mega beschäftigt ist, ähm, wir gehören ja das mega viel. Also weisst du, als Christ musst du die Kinder in der Not unterstützen, du musst denen, die Hunger leiden, musst du auch etwas zu essen geben, eben, du musst Geld spenden. Also ich meine, immer wenn eine Hilfsorganisation sich im Gottesdienst kommt vorstellen kann, gehörst du sicher zu der Schlechten, wenn du nichts in die Kollekte reintunst. Also weisst du, das ist ja so, ich würde sagen, es ist schon mega ein Load drauf davon, wir müssen als Christen die Welt verändern und etwas bewegen und so. Und gleichzeitig merke ich zum Beispiel, bei mir löst jetzt einfach nichts aus. Also wirklich, nein, okay, nichts ist vielleicht gerade ein bisschen sehr superlativ überspitzt, aber in mir löst sehr wenig aus, wenn ich ein Kind sehe, wo nicht so viel Fett hat, wo halt ähm, mager ist oder so, aber ich sehe das Kinderlachen und das strahlt und denke so, ja, also sorry, die Kinder in Afrika sind teilweise so viel glücklicher, als die Kinder, die ich bei uns hier in der Schweiz in Schulen sehe, die jeden zwei Tage McDonalds essen gehen können, etc. Also weisst du, ich meine, es ist wie so ein wenig, in mir löst das gar nicht so viel aus. Und ich habe mich echt oft gefragt, warum löst das in mir nichts aus? Also bin ich falsch als Christ, wenn das bei mir nichts auslöst? Das ist eine spannende Frage. Also, ich sage auch viel, oder viele sagen immer, wenn sie mich sehen, ja, so gut gehst du da ins Flüchtlingscamp, wo ich auch helfen kann, ich kenne das nie. Und so gut gehst du auf Tansania, da so weit raus, und im Busch, die haben ja nichts und so. Und ich denke dann immer an die, die Momente, wo ich dort bin und an die Einsätze. Und ja, es ist manchmal schwierig. Und mich berührt das jetzt zum Beispiel sehr, wenn ich so Bilder habe, oder so Zeuge sehe, oder sehe, welche Kinder zu wenig haben, oder eben nicht in die Schule gehen oder nicht essen können. Und gleichzeitig bin ich dann dort mit diesen Menschen, und wir haben es so lustig. Wir haben dann die lustigsten Momente, oder dann irgendwie in einem Dorf anfangen zu tanzen. Und ja, es ist immer sehr lustig für sie vor allem, weil die weissen Musungus nicht so gut tanzen können und sie können sich dann eine Stunde lang amüsieren. Das ist voll okay. Aber wir haben es dann mega lustig. Und ich finde es immer wichtig, dass wir nicht, oder ich gehe eigentlich nie mit der Einstellung hin, hey, ich bringe ihnen jetzt etwas. Oder das ist eben so etwas, dass wir, wir wissen auch was. Jetzt ähm, der Teenie in Tansania braucht, oder? Das ist immer so etwas, dass wir das Gefühl haben, weil wir so etwas überlegen, Europa, ja, wir haben das Geld, wir wissen doch Fortschritte. Ähm, aber dann am Schluss gehst du dort hin und sie haben so viel Lebensfreude. Ähm, und andere Sachen, die vielleicht wir da in einer Armut leben, oder? Und uns vielleicht die Sachen fehlen. und ich lerne jedes Mal so viel von diesen Menschen. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Schöne an dem, oder? Also das heisst du, du lässt dich dann sponsoren lassen, damit du auf Tansania kannst. Richtig. Ähm, kannst du etwas tanzen, etwas brünen lassen, etwas safari machen und Tierchen anschauen. Ähm, und, äh, bekommst du noch den Flug von irgendjemandem im Zelt über, weil du machst ja auch einen Hilfeseinsatz. Und am Schluss hat es eigentlich dein Leben verändert und das von den Leuten vor Ort nicht. Nein. Ich hoffe, dass schon auch die Leute vor Ort etwas davon haben. Okay, ja. Ähm, aber ja, es verändert sehr fest auch mein Herz immer wieder. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, oder das ist vielleicht auch, oder das ist der Grund, wieso wir Leute mitnehmen auf solche Einsätze. Mhm. Weil wir davon überzogen sind, dass die Herzen der Menschen da, also Herr und Frau Schweizer, die Herzen werden berührt bei solchen Einsätzen. Und dann können wir eben da auch anfangen, wirklich etwas zu bewegen. Weil es ist ja unser Konsumverhalten, das auch dazu beitritt, dass andere Länder in Armut leben. Okay, spannend. Ja. Also das wollte ich eben auch gerade fragen. Also so, Jana, also bist du wie auch schon mal in dieser Situation gewesen? Oder hast du bis jetzt nur so Fernsehwerbungen gesehen, die so völlig überdramatisch dargestellt werden? Also weisst, bist du wie schon mal gewesen? Weil das ist etwas, wo ich, wo ich, also das ist ein Wunsch von mir, mal an die Orte wie hinzugehen und das mit eigenen Augen zu sehen und dann zu schauen, was es mit mir auslöst. Weil ich habe das Gefühl, es ist nie ganz äh, natürlich so die Reaktion, die ich jetzt da, eben zum Beispiel bei einer Fernsehwerbung erlebe. Weil ich dann immer auch so denke, ja, ihr wollt jetzt einfach irgendwie das Geld sammeln, was ihr halt braucht. Aber es ist nicht wirklich so tief im Herzen irgendwie etwas, was angekommen wird. Also das Einte, was ich glaube, ist, ich glaube, jeder Mensch wird unterschiedlich geprägt. Oder ich glaube, wir erleben an unterschiedlichen Orten unseren Bruch vom Herzen. Also ich merke zum Beispiel, bei mir löst wirklich, ja, ich bin schon an so Orten gewesen, ich habe schon mit, ähm, ich habe in Frankreich mit nordafrikanischen Flüchtlingskind gearbeitet, ähm, einen Monat lang. Und das sind heftige Situationen. Also ich meine, ich habe als Spielzeug einen Löffel und zwei Steine. Das ist alles, was die zum Spielen haben. Und das hat ja mit mir schon auch etwas gemacht. Aber ich habe zum Beispiel dort vor Ort erlebt, wie Kinder von Dämonen besetzt waren. Und ich merke, das hat bei mir viel, viel mehr ausgelöst, weil das irgendwo ein psychischer Aspekt dahinter ist. Weil das etwas mit der Beziehung von der Mutter zum Kind zu tun hat, weil sie als Hacks in Afrika geholfen hat und das mitgetragen hat. Das wäre jetzt ein riesen anderes Thema, aber was ich damit sage, ist für mich, bei mir gibt es Sachen, die bei mir tatsächlich viel, viel mehr auslösen als materielle Armut. Also bei mir löst, ähm, psychische Armut, ähm, Beziehungen, Familien, die nicht intakt sind, die nicht funktionieren, löst bei mir massiv mehr aus. Also bei mir löst viel mehr aus, wenn ein Mädchen kommt und irgendwann von sexuellem Missbrauch geredet wird oder wenn, wenn ein Mädchen kommt und einfach keine Beziehung zu den Eltern hat oder ein Bub kommt und erzählt, hey, mir fällt das mega schwierig. Ich merke, dort fängt mein Herz an zu blüten, dort komme ich in den Modus, als du vorhin sagst, der Schweiber. Dort stehe ich auf und sage, okay, geil, lass ich etwas verändern, darum arbeite ich bei Schein und nicht bei Gain. Also in diesem Fall kann man sagen, der Kampf gegen die Armut ist nicht dein Kampf oder siehst du das nicht so? Ich würde sagen, der Kampf gegen die materielle Armut ist nicht mein Kampf. Okay. Ich sage, das ist etwas, das ich liebe, Menschen wie die Viva zu supporten, die irgendwie sagen, okay, geil, das ist mein Herz, da kann ich einen Unterschied machen. Und ich merke, die Viva geht ja dann auch mit der geilen Einstellung dorthin. Also sie geht mit dieser Einstellung von, ich will nicht einfach diesen Menschen nur die materielle Armut kleiner machen, sondern ich will mit diesen Menschen in Begegnung treten. Und ich weiss, wenn ich gehen würde, ich hätte viel mehr das andere im Fokus, weil ich diese Verbindung gar nicht arbeiten könnte. Was nicht heisst, dass es mir nicht gut tut. Also ich will zum Beispiel unbedingt mal in ein Flüchtlingslager, weil ich habe zu viel viel mit Flüchtlingen zu tun gehabt, als wir Jugendpastoren waren. Und ich merke mir, das hat bei mir auch mega viel ausgelöst. Was passiert, wenn sie nachher da sind? Und darum sage ich, es tut es mir gut, die Situation mal erlebt zu haben, weil ich glaube, ich werde automatisch anders mit Flüchtlingen hier in der Schweiz umgehen, wenn ich weiss, was es bedeutet, die Stationen, wo sie auf einer Flucht quasi durchreisen. Darum würde ich sagen, mir tut es mega gut, aber ich würde wirklich sagen, Finger weg, bei mir jetzt beispielsweise von Gain, weil das wird wahrscheinlich nie mein grösstes Herz zum Anliegen sein. Ich glaube, da gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind, die relevanter sind in meinem Leben. Okay. Also ich finde das auch schön. Jeder von uns ist anders und jeder von uns reagiert oder will in anderen Situationen etwas bewegen. Sonst wären wir alle nachher zu essen, aber wären wir alle depressiver. Es braucht ja wie jeder. Dann würden wir nur noch alle Schokolade essen, weil wir alle depressiv sind. Aber das ist ja genau das Schöne, dass jeder hat ja irgendwo, wie du vorhin gesagt hast, irgendwo bricht das Herz bei irgendeinem Thema. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht einfach dann wegschauen, sondern hinzuschauen und aktiv werden können. Mega spannend. Lass uns noch schnell etwas tiefer in das eintauchen. Was heisst, dass aktiv werden? Also jetzt haben wir klassisch gesagt, eben Geld spenden, einmal einen Einsatz machen. Das sind alles, glaube ich, mega grundlegend wichtige Sachen. Aber wie kann ich jetzt mit meinem Leben wirklich noch einen Unterschied machen? Unabhängig davon, ob es jetzt nur materielle Armut ist. Aber wie, es ist ein Stück weit, reagieren wir ja auf etwas, was uns im Herzen passiert. Und wie können wir als privilegierte, weise Europäer auf das reagieren? Dass wir am Schluss sagen können, hey, ja, so kann es wirklich etwas verändern in dieser Welt. Ja, das ist eine mega schwierige Frage. Ich meine, da frage ich mich sogar. Also eben, ich arbeite bei Gay und ich frage mich das, mindestens einmal in der Woche. Okay, können wir jetzt da machen? Ich glaube, wirklich, das Wichtigste ist einfach nicht, nichts zu machen. Weil das ist das, was passiert mit den Medien. Das ist klassisch 2015, wo die Flüchtlingswelle kam, das Bild von dem Bub, von dem toten Bub, der angeschwemmt worden ist, am Strand vor Griechenland. Oder wir sind ja geflutet worden von diesen Bildern. und wir haben das gar nicht mehr aufnehmen können. Oder wir haben eigentlich wirklich ... Also, die Reaktion war eigentlich, man schaut weg. Man geht nicht dahin. Man ... Eben, Ferien nicht mehr dort. Man klammern jetzt wirklich aus dem Leben raus. Ja, richtig. Und es macht nichts mehr mit uns. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wirklich hinschaut, wirklich das auch hinschaut und sagt, hey, okay, was macht es mit mir? Also, das zulassen, dass es etwas mit dir macht. Und dann wirklich überlegen, was kann ich mit meiner Situation, in der ich jetzt gerade bin, in dieser Situation, was kann ich dagegen machen? Es ist ja eigentlich in diesem Fall wirklich so eine Reaktion entgegen deiner natürlichen Haltung vielleicht oder Reaktion. Weil eben, wenn etwas wehtut, dann eben, dann klammerst du das aus oder probierst es irgendwie auszublenden oder das wegzumachen aus deinem Leben. Und gegen das muss man sich irgendwie aktiv wehren. Eben, herrschauen, das Herz mal ein bisschen wehtun lassen. Mhm. Das ist eigentlich noch krass, ja eben, dass man wie gegen sich selber muss gegen den Drang ankämpfen. Also mir ist zum Beispiel mega krass, also ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung. Ich habe früher, wenn bei einem Film eine Vergewaltigungsszene kam, dann musste ich wirklich die Ohren und die Augen zu haben, weil ich es wie nicht ausgehalten habe. Und ich habe mir gedacht, das tut mir ja nicht gut, wenn ich das sehe. Und der Punkt ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, das Problem ist eigentlich, ich verschliesse eben wie meine Augen davor. Ich klammer das Thema wie aus und eigentlich tut es mir gut, wenn ich mich mit der Realität konfrontiere, weil es gibt ja tatsächlich Frauen und Männer, die das erleben. und dass ich es fast nicht sehen kann, hat ja etwas damit zu tun, dass es bei mir unglaublich wehtut. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe dann angefangen zu sagen, hey, ja, ich muss mich irgendwie mit dem konfrontieren, ich darf nicht einen Film nicht schauen, weil so eine Szene darin vorkommt, sondern ich muss ja lernen, wie kann mein Herz sauber mit dem Thema umgehen, ohne dass ich jetzt dran kaputtgehe und gleichzeitig tut es mir gut, weil ich ganz anders reagiere auf Menschen, die so eine Situation erlebt haben. Ja, und darum glaube ich schon, ist es mega wichtig, dass wir herrschauen und dass wir kreativ werden. Ich glaube, du hast es gesagt, man kann irgendetwas packen als Schüler und Sachen verkaufen. Es gibt ja so, ich weiss nicht, ob ihr diese Story mitbekommen habt, es gibt einen Bub, der lebt in seinem Garten im Zelt seit irgendwie 500 Nächten, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon 600 Nächte, seit ich den Artikel gelesen habe, aber er lebt in seinem Zelt und sagt, Leute möchten mich unterstützen für jede Nacht, wo ich quasi dort schlafe, weil er sagt, er will sich wie mit der Realität von Flüchtlingskindern konfrontieren und lässt sich für das wie noch Geld geben und macht die Leute wie aufmerksam damit. Also mega geil, ich finde, mega coole Aktionen und das sind ja dann nicht 15'000 St. die die Welt werden verändern, aber ich glaube, es verändert sein Herz und sein Umfeld und ich glaube, das macht schon mega viel aus. Und wie, ich habe nur kurz mal etwas gesehen, was ist das mit dem Marathon? Run for Refugees. Ja. Run for Refugees, ja. Ich glaube, das geht auch, also das ist vielleicht etwas, wo ich jetzt noch hinzufügen, es geht ja dann nicht darum, um die Armut auf dem Kontinent Afrika zu bekämpfen. Sondern es geht darum, dass ich glaube, jeder von uns etwas machen kann, vielleicht auch nur für eine Person, aber für diese Person hat es dann einen Unterschied gemacht. Und das kann, glaube ich, jeder von uns. Oder ich glaube, wir müssen einfach nicht immer das grosse Bild sehen, von, es hat vier Millionen Menschen in der Welt, wo, oder vier Millionen Kinder, wo Hunger leiden, sondern eben die einzelnen Personen hinter dem gesehen. Und das ist auch, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, eben von kreativ werden. Eben, genau. Ja, ja. Vier junge, junge Sportler, also Hobbysportler, wirklich, die wollten immer mal einen Marathon rennen und die haben irgendwie gefunden, ja, wäre ja noch cool, wenn wir nicht nur einfach einen Marathon rennen, sondern irgendwie auch etwas damit bewirken, etwas Gutes tun können. Und jetzt ist es wie eine Kooperation, also sie rennen und dann denke ich, also sie ist wie ein Sponsoren laufen, oder sie rennen, sammeln Geld dafür und dann Sportprojekte, also Projekte in Griechenland, die wir unterstützen, die es um Sport geht, mit unterstützen. Ah, mega geil. Mega geil. Und das IMT ist auch noch ein Essensprogramm, das eigentlich nicht mehr Sport zuhält, aber zwei andere sind auf dem Sportthema. Und ich glaube, es ist ja schon, also es geht ein bisschen das rein, wo wir unseren Erfolg zum Thema Fairtrade mit DTM gehabt haben, aber ich glaube, es ist ja am Schluss unsere Verantwortung, dass wir mit den Ressourcen, die uns Gott geschenkt hat, anständig umgehen. Also dass wir diese sauber verwalten und dann gehört aber dazu, dass sie mir überlegen, wo gebe ich mein Geld her, wie viele Kleider brauche ich wirklich, ähm, wie viel Essen vergeude ich. Also ich meine, du kommst einfach nicht darum herum, dass mal etwas vorzuschauen ist. Ich kenne wirklich niemanden, der kein Food waste macht. Aber du kannst dir ja überlegen, muss ich jetzt das Essen noch fünfmal kaufen oder ist es okay, ähm, etwas einfach nicht zu kaufen oder so. Ähm, ja, ich glaube, es geht im Schluss, es geht wirklich um das. Ähm, ja. Genau. Und vielleicht schon ein Stück mehr, dass wir mutiger sind, dass wir uns nicht überall dreimischen müssen, sondern halt wirklich in die Sachen dreimischen, wo unser Herz bewegt wird. Also ich finde es völlig okay, dass ich mich zurücklehne und sage, hey, wenn es um materielle Armut geht, ähm, soll ein Viva Vollgas geben. Ähm, ich kümmere mich dann um die zerbrochenen Familien oder Jugendlichen, die keine Werte haben in ihrem Leben. Mhm. Oder schlechte Werte in ihrem Leben. Genau. Darum, lad ich euch ein, liebe Zuschauer, überleg dir, wo bricht dein Herz? Was löst bei dir Schmerz aus? Auf diese Art und Weise, dass du nicht anders kannst, als etwas wollen, daran zu ändern. Und dort, wo du etwas daran ändern willst, nimm den Stock aus dem Arsch und ändere etwas. Wird kreativ. Genau. Wird kreativ auf und gib Gas. Ähm, und wenn das Thema Armut dich beschäftigt, dann geh und schaue mal Gain an. Ähm, ganz, ganz spannendes Mitmachhilfwerk. Lalalala, lalala, lalala, lalalalala, lalalalala. Machst du da so hoch rauf? Lalalalala. Nein, es gibt einiges, was relevanter ist, als die Medien. Zum Beispiel die Bibel. Nein, der Podcast. No whatever. Never. Nein. Sei.